Der bevorstehende Winter kann unangenehm sein, zumindest in Bezug auf die Energieversorgung. Der Bundesrat warnt sowohl mangelnde Gas als auch Strom. Aber wie ist die aktuelle Situation in der Schweiz? Wie vor der Schweizer Stauseen? Wie reagiert der Strom- und Gaspress beim Energieaustausch auf die Krise? Wie viel Strom wird heute von der Schweiz erzeugt? Die folgenden Grafiken zeigen die Situation auf dem Schweizer Energiemarkt. Sie werden kontinuierlich aktualisiert. Reservoir Das Reservoir in den Schweizer Bergen ist eine Schweizer Batterie. Sie können Wasser aufbewahren, das durch fast 9 Stunden aufrechterhalten werden kann. Zum Vergleich, im Jahr 2021 verwendete die Schweiz 58 Stunden guter Strom. Am Ende des Herbstes muss der Speicher sie lange Zeit gefüllt sein, bevor sie bis zum Ende des Frühlings weitergeleert werden. Die obige Grafik zeigt das aktuelle Niveau im Vergleich zu den Vorjahren. Kilowatt-Hour, Mega, Gigawatts und Co. Zirken, Ordnerbox Sie können ein Gerät auf ihrer Stromrechnung finden. Geräte, die 1000 Watt Strom benötigen, verbrauchen ein Kilowatt elektrische Stunden in einer Stunde. Der Effizienzkühlschrank ist in Klasse D ziemlich effizient, wobei das Gefrierfach zu einem Jahr rund 120 Kilowatt verbraucht. Der Strom wird in Mega-, Giga- oder gewarteten Uhren gehandelt. 1000 Kilowatt-Hour sind ein Megawatt-Hour, 1000 Megawatt-Hour sind 1 Gigawatt-Hour und 1000 Gigawatt-Hour sind gewartet. Alle Schweizer Kernkraftwerke produzieren etwa 22 Stunden pro Jahr. Dies bedeutet, dass 183 Millionen Kühlschränke für ein Jahr betrieben werden können. Schweizer Stromproduktion Diese Grafik zeigt, dass die tägliche allgemeine Stromerzeugung der Schweizer entsprechend der Art der Erzeugung geteilt ist. Niedrig im Sommer ist auf Überarbeitungen in verschiedenen Kernkraftwerken zurückzuführen. Einzelproduktion und private Unternehmen, die Energie in das Netzwerk einbeziehen, beispielsweise aus ihrem Sonnensystem, sind nicht enthalten. Der Strom für Strom an der Börse Strom wird auch an der Börse gehandelt. Netzbetreiber und Hersteller können dort Energie lagern. Mit dem Preis für den sodalierten Spot Markt für die Schweiz können Sie sehen, wie teuer Strom derzeit gegen die Schweiz gehandelt wird. Hier wird die elektrische Energie gehandelt, die in kurzer Zeit erhältlich ist. Der Strom für Strom lag seit dem Sommer 2021 zehnmal. Produktion in französischen Kernkraftwerken Die Schweiz kann hauptsächlich im Winter.